Als Einstieg in die Optik bietet sich eine ganz einfache Beobachtung an, nämlich hier dieser Stift und die Münze in einem Wasserglas. Wir sehen direkt, dass der Stift doppelt erscheint, auch von der Form verändert, verzerrt, genauso wie die Münze unten am Boden, die auch noch gespiegelt erscheint. Das sind Effekte, die ganz am Anfang stehen in der Beschreibung der Optik, hervorgerufen durch Brechung des Lichtes, von Reflexion und Totalreflexion. Alles das beschreiben wir in der Serie über die Optik.